Der politisch aktiven Bürger derart gängelt, wie wir es wieder dieses Wochenende in diesem zugigen Zelt erlebt haben, der hat spätestens sein Offenbarungseid geleistet. Bedanken möchte ich mich erst einmal bei der Landesgeschäftsstelle und all den Freiwilligen, die jetzt auch wieder im Maschinenraum der AfD Bayern dafür gesorgt haben, dass wir uns aufrappeln, uns nicht kleinkriegen lassen oder in Selbstmitleid verfallen. Liebe Freunde, als ich vor über acht Jahren in die AfD eingetreten bin, war mir eins von Beginn an ganz klar, wirklich aufhalten können wir uns nur noch selber. Geplant war das nie, dass ich seither durchgehend Verantwortung in Ämtern übernehme und nun seit dreieinhalb Jahren im Bundestag meinen Teil beitragen darf. Eigentlich wollte ich damals erst einmal ein Zeichen setzen als Mitglied gegen den Euro-Rettungswahn, gegen die Beliebigkeit der Altparteien und das sozialistische EU-Projekt. Aber wisst ihr, was mir ganz schnell dann gekommen ist? Zeichen setzen alleine reicht nicht. Nur damit kommen wir nicht gegen die Altparteien an. Und gerade, nämlich gerade die Linksgrünen, die haben eine politische Pipeline aufgebaut vom Sumpf der Alt-68er über Wohlstandsträgheit und Weltfriedensrausch mit Zwischenstopp bei blanker Staatswirtschaft und Endstation im Vorstadthäuschen der doppelverdienenden Bessermenschen. Und das Angebot, das Angebot ist auch weitgehend gratis. Man muss nicht denken, nichts riskieren, solange man brav das schluckt, was nur herangepumpt wird. Und ihr wisst auch ganz genau, wo die Fertigsuppe angerührt wird, in den politischen Top-Zirkeln von Linke, Grüne, Rest-SPD, deren kriminellen Vorfeldorganisationen und den meisten Medien. Diese politische Zwangsernährung, die wird auch angenommen, von zu Hause aus zu den vermeintlich Guten gehören, Widerstand gegen dunkle Zeiten, quasi mit der Zeitmaschine und mit Gratismut. Nebenbei noch den Planeten retten und Afrika dann ja sowieso gleich mit. Und das, meine Freunde, ist leider auch kein Spaß. Das ist ein mächtiges politisches Werkzeug, leider eine Art Schweizer Taschenmesser, bei dem schon jedes geplagte deutsche Gewissen irgendwas dran finden kann. Deshalb, AfD, deshalb müssen wir unser Angebot, unser Werkzeug schärfen. Denn wirkliche Lösungen, das bietet das linksgrüne Taschenmesser nicht. Da kommen nur sozialistische Daumenschrauben bei raus oder diverse Berührungspillen, egal wie sehr man es schüttelt. Wir müssen dranbleiben. Das weite Feld im freiheitlich-konservativen Bereich, das steht uns offen. Blicken wir ins Ausland, da sehen wir, wie es gemacht wird. Deshalb engagiere ich mich seit über acht Jahren bis 2015 als Landesvorsitzender der Jungen Alternative, bis 2018 als Kreisvorsitzender Bayreuth und nun als Bezirksvorsitzender Oberfranken. Aufhalten können wir uns nur noch selber. Es menschelt überall. Lasst uns zusammen Neid, Angst und Schwäche überwinden. Auch Parteien bestehen aus Menschen. Wir haben jetzt ein tolles Programm. Aber wenn wir uns nicht selbst, jeder Einzelne, am Riemen reißen, dann werden wir Episode. Dann werden wir zu Anekdoten, die sich Kanzlerinnen Baerbock und EU-Uschi dann einmal beim Kaffeekränzchen erzählen werden und dabei über uns lachen. Wir müssen also Strukturen aufbauen, sichtbar sein und im Auftritt satisfaktionsfähig. Daher habe ich gleich 2017 in Bayreuth in der Innenstadt ein bürgernahes Wahlkreisbüro im Erdgeschoss eingerichtet, einen Transporter habe ich gekauft für den Bezirk und einen neuen Sitzer noch geleast. Das alles steht auch jetzt wieder bereit für den Wahlkampf. Daneben liegen meine Mandatsträgerabgaben. Circa 40 Prozent über dem Muss. Regelmäßig bin ich bei den Rechenschaftsberichten der Partei oben mit dabei. Und das mache ich auch gerne weiterhin. Das Projekt, das als nächstes kommt, bei dem ich gerne mithilfe, mithilfe, Aufbau des Hilfevereins für kommunale Mandatsträger. Denn eins sage ich ganz klar, nur Grüß August zu sein, das reicht nicht. Ein Mandat verpflichtet auch dazu, der Partei einen Mehrwert zu schaffen. Als Jurist sitze ich mit vier Kollegen im Rechtsausschuss und leite als Vize-Vorsitzender immer wieder den Ausschuss Europarecht. Regelmäßig setze ich die Regierung in der Fragerunde live vor Ort unter Druck. Ich liege bei den 114 Abgeordneten aus Bayern aller Parteien dort auf Platz 6. Bei den Gesetzesinitiativen liege ich unter diesen 114 Abgeordneten auf Platz 2. Wichtige Initiativen wie eine Drei-Taten-und-du-bist-Raus-Regel-im-Strafrecht-oder-Bargeld-ins-Grundgesetz habe ich federführend ausgearbeitet. 2020 habe ich für eine Bürgerhotline zu den Grundrechten beider Fraktionen gesorgt. Sitze jetzt im Sonderausschuss Covid, habe zum EU-Upload-Filter geredet und den Antrag, den Bundestag auf 450 Plätze zu verkleinern, in der Fraktion durchgebracht. Meine Freunde, um einen Staat zu beurteilen, muss man seine Gefängnisse von innen sehen. Das schrieb Leo Tolstoi. Als Mitglied im Rechtsausschuss bin ich nicht nur zu Fachtagungen gegangen, sondern auch in Gefängnisse. Und was man dort sieht, ist eine Katastrophe. Nicht in der Art, wie es wohl Tolstoi gemeint hat, aber anders, typisch für unsere deutsche Selbstaufgabe. Anteil an Migrationshintergrund 80 Prozent. Dadurch wird es da drin langsam eng. Aber es kann eben nicht sein, was nicht sein darf. Weiter wird der Wohlfühlfaktor dort aufrechterhalten. Und wir machen noch gute Miene zum bösen Spiel, so auch zum islamischen Antisemitismus. Als Mitglied der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe war ich wiederholt auf Demos gegen Antisemitismus. Während den Oberfranken sich die israelische Gesellschaft inzwischen für meine klare Haltung bedankt, darf die rechte AfD bei Demos in Berlin nicht einmal reden. Das ist scheinheilig. Antisemitismus ist in Deutschland vor allem ein linkes und ein islamisches Problem. Vielen Dank. Vielen Dank.